Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht weiter im Build-It-Projekt im LS22. Das heute ist schon die dritte Folge aus Woche 6. Wenn du die vorherigen Folgen nochmal nachschauen möchtest, verlinke ich dir hier oben in der Ecke die aktuelle Playlist. Und jetzt sage ich ganz viel Spaß beim aktuellen Video. Okay, Folge 3. Jetzt müssen wir ganz gut überlegen. Also, unser Feld 18 wird jetzt als nächstes tiefengelockert. Das wird halt wahrscheinlich eine Weile dauern, ehe das fertig tiefengelockert ist. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, ob wir jetzt... Geht das jetzt? Ich kann keinen Kredit aufnehmen. Warum geht denn das nicht? Muss ich da... Muss ich da einmal vom Server runter, dass ich den Kredit aufnehmen kann? Weil es geht ja. Es ist ja blau hinterlegt. Ich dürfte es mir ja leihen, aber er nimmt es nicht. Bürgermeister ist gerade nicht zu sprechen. Ähm... Stragon bei JCB, da kommt ja ein neues DLC... Wow. Ring, ring. Ring, ring. Besser. Ich wollte eigentlich den Herrn Ditcher sprechen. Der ist nicht da, tschüss. Wie, der ist nicht da? Können Sie mich nicht mal weiterreichen? Der Herr Ditcher ist hier immer auf meinem Feld gerade, ja? Ja, können Sie mich mal bitte weiterreichen? Nein, wir machen hier Männerrunde. Wir haben gerade ein halbes offen und machen hier, tun hier Fachsimmel. Ja, das ist mir egal, aber der Bürgermeister hat ja nun mal auch noch einen Posten in dieser Stadt. Ja, und der ist ab bis 18 Uhr besitzt. Nein, jetzt erzählen Sie mir aber Blödsinn. Gut, bis 19 Uhr, aber ich werde jetzt noch drei Minuten Sie hinhalten. Herr Ferser, reichen Sie mich jetzt bitte weiter. Sie unterbrechen hier meinen... Kennen Sie das? Herr Ferser, jetzt halten Sie mich nicht auf. Ich habe noch eine Minute, wenn Sie sagen, hier 19 Uhr. Reichen Sie mich bitte weiter. Soll ich Ihnen mal was sagen? Bitte, wie romantisch bin ich denn? Und Sie gehen da überhaupt nicht drauf ein. Sie ignorieren das einfach weg. Mit dem Heuboden? Ja, natürlich. Eine... Also meine Assoziation mit dem Heuboden ist einfach nur... Es ist alles pieksig. Oh Gott. Es ist kalt. Oh, nicht so. Ruhe Brandgefahr. Am Ende sterbe ich da in so einer Feuerhölle. Ja, die Kerzen lassen wir aus. Ja, toll. Da ist ja die Romantik direkt wieder weg. Handylicht. Ja, äh, was wollen Sie denn von dem? Ich kann Sie... Der steht hier neben mir. Ja, der soll sich eigentlich nur zurückmelden. Ich habe eine technische Frage. Was? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Bitte, 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 bitte fragen Sie. Bitte, 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 bitte tun Sie mir das nicht an. Fragen Sie bitte. Mein Online-Banking lässt gerade nicht zu, dass ich... Ja, da sind Sie vielleicht nicht der Manager von Ihrer Farm. Aber... Ja, Frau, äh, verfahren der Richter. Kann ich Ihnen die Fachmännische Auskunft geben, dass Sie nicht der Manager Ihrer Farm sind? Ja, und bei wem melde ich mich da dann? Ähm... Das wird bestimmt gerade eingerichtet. Ja, das ist schön. Das wäre nett. Welcher ist gerade eingerichtet? Ja, das ist manchmal, die Banken brauchen ein bisschen, bis sie... Ach so, also Sie kennen sich da aus, ja? Ich kenne mich aus, aber wir habe ich regelmäßig. Das ist mein Problem. Ja, toll, toll. Ja, dann, Herr Ferzer, dann haben Sie mir ja geholfen. Alles klar, kein Problem. Ich muss gerade meine Wangenknochen entspannen. Oh, ja. Okay. Hä, ich bin nicht Farmmanager meines eigenen Hofes aus der Hölle? Frech. Sehr, sehr frech. Okay, kann ich denn jetzt... Hat das denn Mädchen jemand gemacht hier? Ich kann immer noch kein Geld leiden. Das ist wirklich Sabotage. Es geht einfach nicht. Fanzanerich, hallo. Ja, guten Tag, der Märther Hens vom Unternehmer hier. Hallo, Herr Märther Hens. Guten Abend. Also, wir haben jetzt alles ausgerechnet. Mhm. Und zwar 388.000 gerundet. Davon abgehen 13 Mal die Lieferung. Das sind 1.000 Euro pro Lieferung. Also, die Abfahrung so. 1.000 Euro pro Lieferung? Ja, genau. Von uns aus. Das hat mir aber im Vorhinein niemand gesagt. Nein? Nee, darüber wurde ich nicht informiert. Also, ich weiß nicht, ob da vielleicht zwischen mir und dem Herrn Otto auch andere Absprachen herrschen. Aber da wurde ich tatsächlich nicht informiert. Da bin ich jetzt doch schon ein bisschen empört drüber. Ja, Sie müssen das nur so verstehen. Wir müssen ja auch irgendwo von bezahlt werden. Nee, das kann ich natürlich total verstehen. Also, ich möchte Sie da für Ihre gute Arbeit natürlich auch entlohnen. Aber vielleicht beim nächsten Mal eine Info vorher wäre dann ganz nett. Ich nehme mir mal an, dass der Herr Otto das vergessen hat, zu sagen. Nichts, alle trotz kommen dann nochmal drei Monate. Die Dauer der, also bis zum Höchstpreis, die Lagermonate sind drei Monate. Genau, die kommen auch noch darunter. Dann sind wir bei 340.000 glatt. Was ist mit den Lagermonaten? Bis zum Höchstpreis nehmen wir je Monat drei Prozent. Aha. Und wann wurde man darüber informiert? Das hat man Ihnen auch nicht gesagt. Hat man mir auch nicht gesagt. Das ist schlecht. Ja, das ist sehr schlecht, Herr Märterhans. Ja. Ja, also, da fühle ich mich jetzt schon ein bisschen hinters Licht geführt von Ihnen. Das muss ich jetzt sagen. Was ist das für eine Gesamtsumme, die Sie mir da jetzt abziehen? Äh, abgezogen sind das 48.000 Euro. 48.000 Euro wollen Sie mir jetzt abziehen? Kommt das hin? Also, für Dinge, für die ich nicht informiert wurde, fast 50.000 Euro. Ja. Also, Herr Mettens, das ist ja wohl... Also, ich weiß nicht, also, da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz informiert drüber. Und auch nicht ganz mit einverstanden. Ich kann da jetzt erstmal leider nichts zu sagen. Ansonsten müssten wir auf den Herrn Otto warten und da nochmal nachhorchen, warum er nichts gesagt hat. Weil überwiegend ist es ja über den gegangen. Ja. Das heißt, ich soll jetzt zwei Wochen warten? Ich würde Ihnen erstmal die 340.000 Euro überweisen. Damit Sie das Geld erstmal haben. Und dann müssten wir leider zwei Wochen warten und dann mit dem Herrn Otto nochmal sprechen, warum das wohl untergegangen ist. Und dann mal gucken, wie wir da rauskommen. Na gut, okay, Herr Mettens. Also, Sie können ja auch an der Stelle nichts dafür. Aber das würde ich gerne nochmal nennen, dass Sie, ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie ja da auch nicht die Leitung. Also, da würde ich schon mich drüber freuen, wenn das da auch nochmal weitergegeben würde, dass man schon, wenn man hier gute Kunden halten möchte, dann sollte man auch die Kunden ausreichend informieren. Das wäre schon angebracht, definitiv. Aber Sie können ja nichts dafür. Deswegen, ich möchte Sie da jetzt auch gar nicht weiter für anmeckern. Dann überweisen Sie mir gern den Betrag. Und ich habe mir das jetzt aber auch nochmal notiert, dass ich da auf jeden Fall zwei Wochen dann nochmal mit dem Herrn Otto drüber sprechen werde. Ja, ich gebe das sonst auch bei meinem Chef auch nochmal weiter. Ja, das wäre nett. Genau, dass das da vergessen wurde, bei Ihnen anzumerken. Und dann gucken wir mal, wie wir da rauskommen. Ich will Ihnen auf jeden Fall irgendeine Lösung. In Ordnung. Aber, Herr Mettens, ich möchte mich trotzdem für Ihre gute Arbeit bedanken. Das war hervorragend. Wunderbar. Immer wieder gerne. Ja, da werde ich mich bei Bedarf auf jeden Fall wieder melden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und Dankeschön für die Information. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, es hackt. Pfannpfannerich, hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Der Malta Röhrig hier am Apparat vom EU. Hallo, Herr Röhrig, guten Abend. Ich wollte Sie Bescheid geben, dass ich Ihr Feld 18 jetzt am Tiefenlockern bin. Ah ja, wunderbar. Ja. Ja, was schätzen Sie ungefähr, wie lange Sie dafür brauchen werden? Können Sie das sagen? Also Sie müssen ja um 22 Uhr dann eh erst mal Pause machen. Ja, genau. Ich denke mal, ja, bis morgen Abend wird das bestimmt dauern. Bis abends wird das noch dauern. Ich schätze mal. Ich weiß nicht, wie gut ich durchkomme. Das ist ein sehr großes Feld. Ja, das stimmt. Da kann ich Sie nicht sagen, wie lange das dauert. Tut mir leid. Okay. Nee, ist ja gar kein Problem. Aber dann, ja, Dankeschön für die Information. Da kann ich nur sagen, viel Erfolg bei der Feldarbeit. Ja, vielen Dank. Und wenn Sie mal nichts zu tun haben, können Sie auch gerne mal am Feld vorbeikommen. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so oft passieren, dass ich nichts zu tun habe. Aber merke ich mir definitiv. Alles klar. Dann bis später. Ja, bis später, Herr Röhrig. Tschüss. Okay, toll. Dann haben wir jetzt auch mal den Röhrig abbekommen. Das ist fein. So, wir haben unser Geld überwiesen bekommen. Das ist insane. Das bedeutet, wir werden uns jetzt... Bumm. Come on. Wir werden uns jetzt... Oh, wenn ich sehe, dass die auch gepflügt werden müssen. Das ist ja einfach nur ein Untergang. Ich weine. Ich weine einfach nur. Okay, Feld 28. Bumm. Das werden wir uns jetzt kaufen. Das haben wir auch schon mit dem... Schade, dass Tino das hier gekauft hat, ehrlich gesagt. Das hätte ich auch gerne noch gehabt. Aber gut. Ich nicht so schlimm. Wie viele hat er jetzt eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Er hat zehn Felder. Holy shit, warum haben die alle so viele Felder? Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht... Und... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Oh Gott, das Feld... Ich raste aus. Ey, okay, also wir kaufen auf jeden Fall jetzt das Feld. Aber unsere Felder sind auch groß, muss man sagen, ne? Also hier 18 und 16, die sind ja auch beide wirklich, ähm, riesengroß, ne? Guti, also wir kaufen das. Bumm, bumm. Das ist unser Stun. Zeig mal ganz kurz. Also da steht ja Dingsbums drauf. Dingsbums? Äh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Ähm, das wird nächsten Monat auch erntereif. Also wir müssen auf jeden Fall mit Feld 24 anfangen. Das wird jetzt als nächstes, ähm, das wird jetzt als nächstes geerntet danach, weil auf dem Feld wollen wir, äh, ja, bauen. Da wollen wir definitiv drauf bauen. Und die 23 würde ich eigentlich auch noch gern kaufen. Was kostet die 23? Äh, 125.000. Das könnten wir uns tatsächlich auch leisten. Noch direkt. Ähm, warte mal, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hab's ja erst sieben Felder. Die ist schon, die ist schon frech, ne? Die ist schon echt frech. Äh, was ist denn auf der eigentlich, was ist denn auf dem Feld eigentlich drauf? Ich weiß halt nicht, ob ich das noch haben will, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil das ist riesig. Das ist so groß. Da sind Zuckerrüben drauf. Da sind Zuckerrüben drauf. Ich weiß nicht, ob ich das will, ne? Ich bin ehrlich mit euch. Ich weiß nicht, ob ich das will mit Zuckerrüben. Das ist ja einfach nur ekelhaft. Also schon, das wird so lange dauern, das abzuernten. Boah, ich weiß nicht. Nee, keine Rüben. Ich hab wirklich auch, ich hab keinen Bock auf Rüben. Shit. Wollen wir die 17, warte mal, was kostet denn die 17? 408.000. Boah. Also, dann hätten wir schon arg viel große Landfläche, ne? Ich mein, die anderen haben zwar mehr Felder, aber die sind halt auch deutlich kleiner, ne? Also, wenn ihr mal überlegt, hier sind ja mindestens diese drei Felder hier von Tino, sind ja so groß wie eins von den großen hier. Deswegen, boah, ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unter und her gerissen. Bin, 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 bin sehr hin und her gerissen, gerade was wir tun sollen. Okay, warte mal. Sind die Felder, äh, da wollte ich eigentlich hin. Mach den Bums hier mal weg. Die sind auf jeden Fall alle doppelt gedüngt. Das ist ganz wundervoll. Das heißt, da können wir gut, ähm, können wir gut, ähm, abernten. Ja, die drei Kleinen damit, das Ding ist halt, die drei Kleinen hier wird mir wahrscheinlich keiner wegkaufen. Und zumindest, wenn, dann nicht so schnell, weil die hier vorne sind beide und nicht erntreif, die 23 kaufen wir als nächstes definitiv. Ähm, das heißt also, die, ja, also selbst wenn die jetzt jemanden kaufen, ist es auch nicht so schlimm. Aber ich weiß halt nicht, ob es nicht tatsächlich einfach reicht, wenn wir die drei Felder hier dann noch kaufen, ob nicht unsere Feldflächen dann auch einfach reichen. Weil das ist einfach, pfff, das ist so heftig viel, ne? Äh, das, ich weiß nicht, ob wir das, pfff, ob wir das schaffen, jetzt noch das Feld 17. Weil wir im Feld 17 kaufen, haben wir vier extrem große Felder mit 17, 18, 27 und 28. Hätten wir wirklich krank viel. Hätten wir unnormal große Felder. Oh, ich weiß nicht. Äh, ich bin mir unsicher gerade, wie wir es machen sollen. Hm, so, wie spät haben wir es? Wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Was können wir denn noch machen? Wartet mal, ich will mal kurz gucken eigentlich, ob wir, haben meine Schafe eigentlich noch Futter? Ah ja, die haben eigentlich auch noch genug Futter. Das ist fein. Wir müssen auf jeden Fall drüber nachdenken, irgendwie ein Lagerhaus oder sowas mal zu bauen für unsere Wolle, dass wir die dann, äh, machen können. Ähm, ja, ich will natürlich auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil wir wollen ja auf jeden Fall diese Woche bauen. Das heißt also, ja, wir sollten uns auch ein bisschen Geld behalten. Aber ich will mir Safecall das Feld, was halt nebenan steht, auch sichern. Oh Gott, wie mache ich denn jetzt am besten weiter? Ich bin mir gerade tatsächlich unschlüssig. Mit dem Feld können wir heute wahrscheinlich nicht mehr viel machen, ne? Bis das tiefengelockert ist, das dauert ja noch eine halbe Ewigkeit. Wir werden dann auf jeden Fall die 24... Wir können es ja auch gar nicht... Boah. Wir können es ja nicht vom Elula machen lassen, die 24 abernten lassen. Ich könnte Tino fragen, ob er mir seine Elula leiht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht machen wird. Wir brauchen halt, wir brauchen halt, ähm, wir brauchen halt einen Erntner. Wir brauchen einen Erntner. Kann ich mittlerweile Kredit aufnehmen? Ich kann halt trotzdem keinen Kredit aufnehmen, es geht nicht. Es ist verbuggt. Ich glaube wirklich, ich muss einmal vom, vom Dings runter. Wir können Hannes fragen, aber dann erinnert nichts am Fakt, dass wir keinen Erntner haben. Also wir brauchen, wir brauchen einen Mähdrescher. Ähm, let me think about it. Was ist denn, wartet mal, die 24... Ach nee, das sind ja Zuckerrüben, ne? Das sind ja Zuckerrüben. Oder ich nehme den Gefallen von Hannes und leime seinen Elula. Das könnte ich theoretisch machen. Ich verkaufe doch nicht die Rübenfelder, um Gottes Willen, will ich doch haben. Von Pfannerich, hallo. Ja, guten Tag, das ist Herr Kowalski vom Lohnunternehmen. Hallo Herr Kowalski. Ich hätte eine Rechnung für Sie, weil ich mir dachte, wir machen erstmal ein bisschen einen Zwischenschritt, bevor wir gleich dann noch das Tiefenlockern abrechnen. Ja. Was kriegen Sie denn? Ja, also für das Häckseln wären das 26.000, 733 Euro. 26.000, hei, hei, hei. Ja, das ist ein großes Feld. Ja, da haben Sie Riech. So, Moment, 26.000, sagen Sie mir nochmal die... 733. Okay, gut, dann haben Sie Ihr Geld bekommen. Vielen Dank, Frau Pfannerich. Alleine noch mehr, das ist wirklich schwer, muss ich sagen. Sie kriegen das aber ganz gut hin, Herr Kowalski. Also da haben sich schon viele schlechter mit angestellt. Das ist gut, das ist gut. Sagen Sie, kann ich Ihnen direkt eine Frage stellen? Wie sieht das denn aus? Also ich habe ja jetzt einen Mitarbeiter von Ihnen, ja sozusagen in Benutzung. Ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen zweiten Mitarbeiter von Ihnen zu bekommen? Oder geht das nur, wenn ich den mir ausleihe von jemand anderem? Genau, den müssten Sie dann von jemandem ausleihen. Wir haben leider nicht so viel Personal, dass wir da mehrere Mitarbeiter stellen könnten, leider. Okay, es hätte ja sein können, dass es da eine andere Möglichkeit gibt. Aber dann werde ich mich mal mit den anderen Landwirten kurz schließen. Ja, also zum Herrn Ferzer sollen Sie ja einen ganz guten Draht haben, habe ich gehört. Ja, also wissen Sie, beim Herrn Ferzer einen Gefallen offen zu haben, ist auch immer so eine schwierige und gefährliche Sache. Aber ich gucke mal, vielleicht mache ich das und frage ihn mal, ob ich mir den ausleihen kann. Also ich kann Ihnen sagen, der Herr Ferzer ist aktuell der Einzige, der seinen LU-Mitarbeiter nicht beschäftigt hat. Ach, na das ist ja eine sehr gute Information. Herr Kowalski, damit haben Sie mir auf jeden Fall schon geholfen. Ja. Perfekt. Ja, dann Dankeschön für den Anruf und vielleicht melde ich mich ja dann nochmal kurzfristig bei Ihnen. Ja. Guti. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ja Mensch, also dieses Jahr, das ist ja eine schöne Info. Da melden wir uns doch mal direkt beim Willi. Wir rufen den zum dritten Mal heute an, ne? Das ist ja großartig. Dies ist ja großartig. Ring, ring. Oh mein Gott. Was ist jetzt schon wieder? Ring, ring. Ist das Ihr Telefon? Ring, ring. Ja, hallo, Ferzer Willi 666 hier. Hallo Herr Ferzer. Fanz Pannerisch hier. Jetzt fühle ich mich langsam geehrt und wäre rot. Ne, das müssen Sie gar nicht. Herr Ferzer, ich habe eine Frage. Ich habe gerade vom Herrn Kowalski, vom Lohnunternehmen, die Information bekommen, dass Sie als einziger Landwirt und am Ort gerade Ihren LU-Mitarbeiter nicht in Benutzung haben. Ist das korrekt? Interessant, wie hier mit Datenschutz umgegangen wird. Mhm. Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Herr Ferzer, Sie haben ja gesagt, wenn Sie ihn nicht brauchen, kann ich mir den gern mal ausleihen. Wie sieht es denn aus? Kann ich mir den mal ausleihen vielleicht für die nächsten Stunden? Darf ich fragen, was Sie, also nur mal Interesse halber, für was? Äh, zum Ernten meiner Felder. Oh, Sie ernten? Ja, ich ernte. Beziehungsweise ich möchte ernten lassen, wissen Sie, ich würde es umgekehrt selber machen. Soll ich Ihnen was sagen? Die Stunde leih ich Ihnen denn aus. Ja, die Stunde ist schwierig, weil bei dem Tempo, auf dem wir gerade vorausschreiten, da habe ich von der Stunde nicht mehr viel. Es geht eher um den Morgen. Uh, das ist aber tatsächlich problematisch, weil da habe ich ja selber Ernte. Ja, aber können Sie das nicht selber erst mal anfangen? Also, wissen Sie, bei mir ist das wirklich, wirklich dringend. Also wirklich sehr dringend, Herr Ferzer. Wenn Sie mir einen Drecher geben, dann würde ich das schon selber machen, aber... Den habe ich leider nicht. Ja, das sehen Sie, das sieht man im selben Boot. Ja, das ist ja mein Problem, Herr Ferzer. Wissen Sie, sonst würde ich mich ja nicht bei Ihnen melden. Ja, ich weiß, wir haben da weiter das Problem. Aber soll ich Ihnen was sagen, wer einen Drecher hat? Ja, sagen Sie mir das? Der... Wie heißt der... Äh, 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 ähm... Ach, wie heißt der Snitchgans? Heißt der Snitchgans? Wie meint den Herrn Schneegans? Ach, der Herr Schneegans, ja genau, der Herr Schneegans. Der hat einen eigenen Drecher. Ja, dann können Sie sich den ja ausleihen. Und mir Ihren Lula geben. Der wird mir den nicht leihen, aber ich bin mir sicher, der wird Ihnen den leihen. Ja, aber ich brauche ja keinen Mähdrescher. Ja, aber Moment, Sie wollen doch ernten. Ja, aber das geht ja auch mit anderen Geräten. Was wollen Sie denn ernten? Äh, ich möchte gern Zuckerrüben ernten. Ah, da ist doch... Dienst. Sie... Ich gucke gerade mal auf der Karte. Sie brauchen meine LLU-Mitarbeiter die nächsten drei Monate, habe ich das Gefühl, oder? Also es geht erstmal nur um das kleinere Feld. Was haben Sie denn vor? Ja, mein Feld ernten. Sie wissen doch, Industriezucker ist nichts Gutes. Ja, es muss halt runter, wissen Sie? Ich habe das so gekauft. Was soll ich dagegen machen? Soll ich die Rüben niedertrampeln? Ja, Sie kriegen ja 580 Millionen Liter Rüben daraus. Das ist ja völlig ja Wahnsinn. Ja, 580 Millionen Euro auf mein Konto. Das stimmt. Dann würden Sie mir da was abgeben? Von meinem Geld. Ja, passen Sie mal auf, Sie haben ja einen Lohnmitarbeiter. Den können Sie doch... Ihren Lohnmitarbeiter können Sie doch Rüben ernten schicken. Den können Sie doch den Auftrag geben. So, und für was brauchen Sie denn jetzt den Zweiten? Ne, mein Lohnunternehmer ist ja schon... Der macht ja schon was. Der arbeitet ja schon. Der Tiefenlock hat gerade ein Feld. Ach, die arme Sau. Die 18 da etwa? Richtig. Wissen Sie doch, und ich würde beides sehr ungern machen. Sie tun aber, sie tun aber die Leute auch richtig, ne? Also, sie bringen richtig zum Ausdruck, dass sie die alle nicht leiden können. Ja, ich kann nichts dafür, wenn die Felder hier alle in so einem miserablen Zustand sind. Sag mal, wie viele Felder haben Sie denn mittlerweile? Nicht so viele wie Sie, Herr Ferser. Ich meine... Keine Mutter, dass der Hof so kacke aussieht. Also wegen dem Geld, meine ich. Von dem Geld her, von den finanziellen, oder? Wegen des Geldes. Ah, da war sie wieder. Hm. Hm. Entschuldigung, mit den Artikeln läuft's nicht so. Das ist wirklich allgemein mit der deutschen Sprache läuft's nicht so, ne? Aber... Ich sage nicht so, ja. Also, Herr Ferser, um jetzt zum Punkt zu kommen... Hm? Kann ich mir ab 6 Uhr morgens Ihren Mitarbeiter leihen? Nein, weil ich Mais häcksel. Gut. Herr Ferser, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es war trotzdem schön, Sie von Ihnen zu hören. Kann ich so nicht zurückgeben. Aber schlafen so schön, ne? Sie sind eingeschnappte Leberwurst, wenn Sie nicht kriegen, was Sie wollen, ne? Das muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, natürlich. Ja. So eine richtig... Ja, aber was habe ich denn davon, zu Ihnen nett zu sein, Herr Ferser, wenn ich nichts dafür kriege? Da kann ich mir das ja auch direkt sparen. Oh, ist das... Das macht mich an, sowas mehr. Herr Ferser, schönen Abend noch. Ja, schönen Abend noch. Danke, tschüss. Tschüss. Okay, das hat nicht geklappt. Das ist scheiße. Ähm... Ja, dann können wir nur Hannes fragen. Dann fragen wir Hannes... Ob wir uns seinen Elula ausleihen können. Ähm... Der ist aber gerade beim Händler. Oh, wir müssen kurz warten. Kann ich... Ich kann halt nichts in der Zwischenzeit gerade machen eigentlich. Ich kann gerade nichts tun. Ähm... Oder kann ich irgendwas tun? Mir fällt gerade nicht ein, was ich tun sollte können. Sind das eigentlich Rüben auch auf meinem Feld nebenan hier? Ja, oder? Auf der 24 stehen doch auch... Irgendsiebumsies, ne? Ja, da stehen halt leider auch Zuckerrüben drauf. Oh, das ist ja so zum Kotzen. Ich weine. Selber tiefer lockern gehen. Ja, das könnte ich halt machen. Ich könnte den Tee... Ich will halt keine... Ich will keine Rüben. Das ist furchtbar. Scheiße. Ähm... Was mache ich denn jetzt am klügsten? Ah, das passt gerade alles nicht. Das ist doch scheiße. Kann Hannes da mal wieder beim Händler fertig sein? Das wäre toll. Ich bin überfordert. Wir müssen selber Tiefen lockern. Scheiße. Okay, machen wir das jetzt? Gehen wir kurz zum Händler und fragen mal, was ein... Tiefenlockerer uns in der Miete kosten würde? Ähm... Ach, scheiße. Wo sind denn Tiefenlockerer eigentlich? Haben die hier eine eigene Dingselbumsel? Sind die bei den Flügen mit drin? Ach, ne. Tiefenlockerer. Der hat acht Meter. Ach, no. Ja, Rübenernter mieten ist halt furchtbar, furchtbar, furchtbar einfach nur, ne. Mann, die hüpfen da alle in irgendwelchen anderen Kanälen rum. Okay, wir fragen jetzt mal, was so ein scheiß Rübenerter kostet, ne. Ey, das killt mich. Das killt mich komplett. Dass wir das selber machen müssen. Warte mal, können wir hier irgendwo reinhüpfeln? Äh, was sind denn das hier alles für Geräte? Kann ich da irgendwo reinspringen? Ach, wir können die Tankstelle besuchen. Toll, machen wir doch. Guten Abend. Guten Abend. Sagen Sie, darf ich Sie noch belästigen zu diesen unchristlichen Uhrzeiten? Ja, wir sind ja gerade sowieso noch ein bisschen am Machen. Also dann machen wir mal eine Ausnahme. Äh, es ist Feierabend, 22 Uhr. Bis um sechs. Gut, Herr Ackermann, ich spreche dann lieber mit Ihnen. Ähm, ich habe eine Frage. Ich müsste ein, ich müsste auf zwei meiner Feldern Rüben ernten. Ja. Ich wollte mal fragen, was mich die Gerätschaften dafür in der Miete kosten würden. In der Miete? Mhm. Schauen wir nochmal. Was haben wir denn für Felder? Was haben wir größere? Sehr große Felder. Sehr große. Äh, äh, Europa oder die Grimme? Hier, was empfehlen Sie mir? Was ist besser? Also ich wäre persönlich für die Europa. Okay, dann sagen Sie mir mal, was mich das kosten würde. Für die Größe, ähm, schauen wir mal. Miete von 25.449. Äh, pro Tag oder insgesamt? Das ist ja die erste Miete und pro Arbeitstag geht es dann runter. Hm, okay. Und dann sagen Sie mir bitte nochmal, was mich, ähm, Ihr größter Tiefenlockerer in der Miete kosten würde. Größter Tiefenlockerer, ja. 1603. Was hat der für eine Arbeitsbreite? Er hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Ähm, ich habe in Ihrem Katalog gegeben, es gibt hier auch welche mit 8 Metern. Da ist noch der mit 8 Metern, ja, Entschuldigung. Der hat 3468 an Miete. Okay, und, ähm, ich habe einen JCB mit 348 PS. Schafft der das? 308, nein. Hallo, hier ist der Willi. Störe ich. Moment, tschüss. So, also, der hat 300, ne, der braucht 435 für dieses, für diesen Tiefenlockerer. Okay, ähm, ähm, was braucht der mit 6 Metern Breite? 200 PS, also, das schafft der locker. Ähm, ja, dann würde ich mir den gerne leihen. Hm? Beziehungsweise, was würde das kosten, wenn ich mir einen größeren, äh, einen größeren Traktor dazu mieten würde, als Gespann? Als komplettes Gespann, ja, schauen wir mal. Da wäre traktormäßig egal, was, was für, äh, herstellermäßig, oder? Hauptsache, er schafft das. Hauptsache, er schafft das. Das Tiefenlockern, genau. Hm, okay. Hallo. Hallo, Finn. Hallo, Sally. Hallo. Hallo. Hannes. Eigentlich wollte ich mit dir sprechen. Mit wem? Ja, mit Hannes wollte ich sprechen, ja. Ach so. Aber jetzt habe ich beide, jetzt habe ich sie beide hier. Ja. Wir sind gerade Detective-mäßig unterwegs. Aha. Ja. Was bedeutet das genau? Sind Sie schon mal einem Herrn Beppi, ein sehr stark nuschelnder Person namens Beppi begegnet? Also, mit dem Namen kann ich jetzt nichts anfangen, aber ich habe da eine Person im Kopf, die mir ihren Namen nicht nennen wollte. Von daher könnte das sehr gut sein, dass wir von demgleichen sprechen. Wurde da irgendwas bei Ihnen am Hof bemängelt von ihm? Bemängelt nicht, nee. Der Herr hat Bäume gefällt auf meinem Hof. Von Ihnen beauftragt oder von irgendjemand anders? Von mir beauftragt, ja. Ach so. Dann geht unsere Theorie nicht auf. Warum? Warum geht es bei ihm? Ja, erzähl du. Weil der Herr, der Herr, der hat bei mir auf dem Hof gestanden und hat erzählt, er wäre hier irgendwas wegen Umweltamt und keine Ahnung irgendwas. Und der Herr Snegans hätte mich bei ihm angesitten und deswegen wäre er bei mir. Ja. Und deswegen kam Herr Hamaschi gerade Wut in Brand auf mich zu und hat mich gefragt, was er soll, berechtigterweise. Aha. Aber ich war weder bei ihm unten am Hof und hätte also auch gar nicht wissen können, dass da irgendwelche Paletten stehen, noch habe ich diesem Böppi darüber überhaupt irgendwas geredet. Im Gegensatz wurde er angeblich vom Herrn Ferser zu mir geschickt, um meine vom Borken für Käfer befallene Birke fällen zu lassen, weil der Herr Ferser angeprangert hat, dass meine Birke die umliegenden Bäume verseuchen würde. Aha. Und haben sie da mit dem Herrn Ferser jetzt schon gesprochen? Ich meine, das würde ja ganz irgendwo in der Natur liegen, dass er da der Übeltäter des Ganzen ist, ne? Nee, wir haben jetzt von Weitem ihren Anzug leuchten sehen können. Deswegen war jetzt unsere Theorie, wenn er sagt, Ferser schickt ihn zu mir und er sagt zum Herrn Hammerstiel, dass ich ihn zum Herrn Hammerstiel schicke, wäre unsere Vermutung gewesen, dass er zu Ihnen gesagt hat, dass der Hammerstiel ihn zu Ihnen geschickt hat. Ah, nee, nee, also bisher war auf meinem Hof alles, da gab es nichts zu beanstanden. Großartig ist das alles. Grob gesagt, vermuten wir, dass er irgendwie Unruhe stiften will zwischen uns allen. Hm. Ja, also da kann ich ihm jetzt leider nicht helfen, weil ich bin da, ja, bei mir gab es Ja, nee, mit der Kasa muss ich noch ein bisschen warten, da bin ich gerade, da habe ich gerade ein anderes Thema, wegen starker, mutwilliger Zerstörung, die noch in Erklärung ist. Von, von ihm, also. Ja, er ist, er ist mir, ich habe auf meinem Feld abgetankt und er ist mit seinem Unimog von der Hauptstraße über den Graben gesprungen und in meinen Shondier 7R rein. Das klingt abenteuerlich. Und ist einfach weitergefahren. Was, die Hullus. Ja, den haben wir ja gerade zur Wartung noch da. Genau, ja, und das habe ich, mein Bürgermeister, der war dann da, hat sich das angeschaut und deswegen ist das mein Shondier auch hier und ich habe mal Austausch geredet. Die Uhrzeit, ich drehe hier die letzte Runde mit Hasso. Ja, nee, wir waren auch gar nicht, ja, nee, alles gut. Nee, gut, dann, nee, dann müssen wir mal gucken. Jetzt ist der Nächste. Ja, da müssen sie, schauen sie mal, da ist ja doch der Herr Fässer, dann können sie das doch mit dem direkt noch besprechen. Da können sie morgen früh wieder alle zusammen. Boah, schön wieder Party ohne mich. Ja, nee. Moin. Was geht ab? Party Crowd, 3.35 Uhr, die kam mit hier an meinem Händler rum, ey. Alle ab ins Bett jetzt hier. Ja, nee, ich würde auch sagen. Wir suchen einen höchst kriminellen Menden. Oh, wer denn? Ich würde sagen, wir machen das in der ... Ja, ich sehe das auch so. Ja. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle. Wir sind nämlich schon überzogen. Wir müssen das verschieben. Schaut gerne bei allen vorbei. Das sind alle in der Videofahrung verlinkt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss. Tja, und so langsam wächst meine Verzeichnung und die Gewissheit darüber, dass ich nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, schaffen werde. Ob ich das Ganze noch gerade gerückt kriege vor Ende der Aufnahme, das siehst du dann im nächsten Video, was folgt. Wenn dir dieses gefallen hat, würde ich mich aber sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar da lässt. Ich verlinke dir außerdem unten in der Videobeschreibung meine Konkurrenten, auch gerne auf deren Kanälen einmal vorbeischauen. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.